Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute dreht sich alles rund um das Thema Haut. Ihr wisst es, ich liebe eine schöne, glowy, frische, gesund aussehende Haut, die ich vor allen Dingen mit Make-up hinkriege. Und ich will euch heute so ein paar kleine Tipps und Tricks zeigen, wie ihr eure Haut optisch mit Make-up verbessern könnt. Und ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Diese Woche wird es eher so ein bisschen hautlastiger. Ich möchte meinen Fokus ja auch thematisch immer mehr Richtung Hautpflege und Produkte, die einfach den Eindruck erwecken, dass ihr eine schöne, gepflegte Haut habt. Denn ich finde, dass man, selbst wenn man keine gute Haut hat, gut in Anführungszeichen, man mit vielen Produkten einiges verändern kann. Und meine Tipps und Tricks möchte ich euch natürlich mit auf den Weg geben. Ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Und ich würde mich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Letztes Mal hat es geklappt. Vielleicht schaffen wir es auch hier wieder 3000 Daumen nach oben. Ich sehe wieder aus wie ein kleiner, lieber Schuljunge. Ich liebe diese Ästhetik gerade. Fragt mich nicht, warum. Vielleicht bin ich einfach so spießig geworden, dass ich es gerne mag, morgens um 7.46 Uhr auszusehen, als würde ich auf die Salem Schule gehen. Ich habe eine Sache, die ich seit einer Weile sehr, sehr, sehr gerne mache. Erstmal kleines Update zu dieser Sonnencreme von L'Oreal. 10 von 10. Ich liebe die. Ich habe die jetzt seit drei Wochen in Gebrauch. Meine Haut fühlt sich sehr, 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 sehr gut an. Und vor allen Dingen, Make-up funktioniert damit perfekt. Also, kleine Empfehlung. Ich habe keine Unterlagerung bekommen und Make-up rutscht nicht. Und, 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 und. Das ist das Wichtigste. Make-up oxidiert nicht darüber. Ich liebe ja, oder ich habe geliebt, den Sonnenstutz von Fendi Skin. Der ist nur 30 und ich weiß nicht, was da los ist, aber egal welche Foundation ich benutze, die Foundation oxidiert und ich sehe danach aus wie ein Umpa Loompa. Deswegen ist die jetzt hiermit abgelöst worden von der. Okay, wir starten tatsache mit dem ersten Produkt und das ist aus der L'Oreal Age Perfect Reihe. Ich finde, und das ist so ein bisschen schwierig, das zu erklären, weil ich glaube, dass wenn Firmen Produkte produzieren für reifere Haut, dass sie da nochmal ganz besonders darauf achten, dass die Haut schön aussieht. Reifere Haut hat meistens etwas gröbere Poren, etwas tiefere Fältchen. Und dort können nicht alle Produkte gleichmäßig arbeiten. Also ihr könnt keine, oder man sollte, das ist auch doof, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr Produkte benutzt, die sehr, sehr pudrig sind, einen hohen Puderanteil drin haben, kann es passieren, dass das Make-up immer nicht so schön aussieht, weil das schnell in die Fältchen oder in die Poren rutscht. Und durch diese leichteren Texturen, die ihr bei den Age Perfect Produkten beispielsweise findet, habt ihr Produkte, die mit eurer Haut etwas besser funktionieren sollten. Ich finde auch, dass das, ich verstehe den Weg dahinter, dass man sagt, okay, man macht auch Produkte, die für reifere Haut gemacht sind und zielt auf diese Zielgruppe hin. Aber ich finde es auch keine Schande, wenn man mit 20 diese Produkte benutzt oder wenn man mit 60 ein Produkt von, weiß ich nicht, Rival Loves Me benutzt. Up to you. You do you. Ich zeige euch nur die Produkte, die ich sehr, sehr gerne benutze. Das ist die Luminous BB Cream. Das ist für mich, ist das keine BB Cream. Das ist eigentlich nur so ein Glowifier Highlighter. Das Schönste, was ich hier dran finde, ist, dass er eure Haut nicht so speckig macht. Er sorgt nicht dafür, dass die Haut so rutschig wird. Und ich finde, es ist eine sehr, sehr gute, kostengünstige Alternative zu dem Hollywood Flawless Filter, der ein bisschen mehr Deckkraft hat. Also das gibt dir meiner Meinung nach so gut wie gar keine Deckkraft. Lasst es euch gesagt sein. Es sieht einfach nur schön auf der Haut aus. Und ich finde, dass das Make-up auch so ein klitzekleines bisschen länger hält. Was ich, und das ist ganz spannend, diese Veränderung auch bei mir selber zu sehen, festgestellt habe, ist, seitdem ich weniger benutze, weniger Foundation, weniger Concealer, weniger Puderprodukte, verhält sich mein Make-up ganz anders. Ich teste gerade im Moment, wenn ich keine Videos drehe, alle meine Foundations, die ich im Alltag benutze, nochmal auf eine andere Art und Weise. Denn ich habe es mitbekommen, dass sich meine Haut verändert und dem muss ich mich stellen. Ich bin jetzt auch keine 16 mehr. Das ist ja auch völlig in Ordnung, dass die Haut sich dann verändert und auch abhängig von den Jahreszeiten so ein bisschen. Aber früher, erinnert ihr euch, habe ich mein komplettes Gesicht gebaked mit Coty Airspun Powder. Hat damals gut funktioniert. Ist jetzt nicht mehr das, was ich als schön empfinde. Ich hatte es euch neulich schon mal gesagt. Ich möchte, dass ich mein Make-up mir anpasse und ich mich nicht dem Make-up anpasse. Und das ist ein ganz, ganz schöner Lernprozess, den ich da gerade durchlaufe. Und da möchte ich euch natürlich Teil von haben lassen. Ich will euch gleich ein Stückchen her, dass ihr das Ganze nochmal sehen könnt. Ich möchte nochmal auf diese drei Schätzchen hier zurückkommen von ELF. Ich habe jetzt gesehen, dass es sie auch bei Douglas gibt. Online zumindest. Ich glaube, da waren sie aber nach dem Video ausverkauft. Das sind Color Corrector. Die sind sehr, sehr besonders. Ich habe viele Color Corrector schon benutzt, aufgrund meiner Augenringe natürlich. Den rosa nennen finde ich persönlich nicht so gut, wie den von Charlotte Tilbury beispielsweise, den von Becca oder den von Catrice. Blau und Grün sind aber phänomenal. Und ich möchte jetzt nochmal mit euch diesen Grün benutzen, weil ich glaube, dass ihr durch diese Color Corrector sehr, sehr viel machen könnt. Ihr seht das. Ich nehme ganz, ganz wenig. Und tut das bitte auch, denn ihr wollt nicht, dass man sieht, dass ihr Grün auf der Haut habt. Das ist so ein leichter Irrglaube, den ich oft sehe, vor allen Dingen bei TikTok, dass Mädels vor allen Dingen Color Corrector so benutzen wie Concealer. Das Ding ist, irgendwann ist die Rötung im Laufe des Tages weg und ihr seht aus, als hätte euch Schreck ins Gesicht gespuckt. Und das ist nicht das, was wir haben wollen. Wir wollen nur mit diesem leichten Grün diese Rötungen um die Nase, also ich habe im Moment so ein bisschen Schnuppi, kaschieren, ohne dass man Grün sieht. Sobald man Grün sieht, ist es zu viel. Wir wollen nur, dass es unserer Hautfarbe entspricht. Deswegen gehe ich hier ganz, 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 ganz leicht um meine Nase herum. Und ihr könnt natürlich auch punktuell, beispielsweise wenn ihr hier einen Pickel habt, habe ich hier einen Bart. Ganz kurz. An die Jungs oder an die Frauen mit, an irgendjemand von euch, der Erfahrung hat mit Lasern, Bartlasern. Habt ihr Empfehlungen, weil ich würde mir gerne hier das hier weglasern lassen, weil das entzündet sich immer bei mir. War nur mal so am Rand. Okay, das Grün ist, das Rot ist korrigiert und somit brauchen wir gleich weniger Produkte. Ich hatte bei der Foundation so ein bisschen, ich war mir nicht ganz so sicher, welche ich benutzen möchte, aber ich glaube, dass die, die gerade am relevantesten ist, definitiv auch das Tinted Serum von Catrice ist. Ich habe so ein paar Kommentare gesehen, dass die vielen zu schwer ist, vielen ist sie zu pastig, bei manchen zersetzt sie sich. Ihr müsst sie gut schütteln, Freunde. Es steht auch drauf, weil hier nichts mehr drin ist, was das Produkt zusammenhält. Das ist das Problem. Wir als Konsumentinnen haben gefordert, dass wir cleanere Formulierungen haben wollen. Also müssen wir mit den Folgen davon leben, dass Produkte sich zersetzen. Das ist völlig normal. Ich habe die in der Farbe 30C und üblicherweise könnte ich mir die jetzt farblich mit Blau anpassen. Das habe ich schon gemacht. Es gibt ein ganzes Video dazu. Ich verlinke euch das oben im i. Was ich jetzt neulich gemacht habe und was ich so wunderschön fand, ich habe mir Christine Crash Cosmetics damit reingemischt. Einfach für diesen super, super Glow. Das ist jetzt nicht unbedingt was für alle. Das würde ich nicht machen, wenn ihr wirklich sehr reife Haut habt oder sehr texturierte Haut. Mir gibt das aber ein Glow. Solltet ihr schon etwas texturiertere Haut haben, bleibt hierbei. Mischt euch davon einfach noch ein bisschen mehr mit rein. Dann habt ihr ein schönes Ergebnis. Ich mische mir das Ganze zusammen, auch wirklich nur ein bisschen. Und ich habe gelernt, Foundation in der Handfläche aufzutragen. Nicht mehr hier außen, sondern in der Handfläche. Ihr müsst euch natürlich die Hände waschen, ganz, ganz wichtig. Aber ich habe gehört, dass die Handfläche der einzige Teil des Körpers ist, wo keine Poren sind. Das heißt also, ihr habt wirklich das ganze Produkt hier und nicht was verdunstet in eurer eigenen Haut. Und neueste Technik habe ich von Hayley Bieber gesehen. Sie trägt ihre Foundation mit einem Puderpinsel auf. Dadurch habt ihr eine viel, viel leichtere Hand, eine viel, viel leichtere Deckkraft. Ich arbeite mir das in den Pinsel rein. Ganz, ganz leicht. Und tupfe damit hier einfach nur rüber. Also wenn ihr ein natürlicheres Ergebnis haben wollt, probiert das aus. Das ist ein Game Changer. Ich habe auch nie verstanden, warum Make-Up-Artists so viele verschiedene Pinsel haben. Aber es macht wirklich einen großen Unterschied, weil ihr weniger Produkt auf den Bürsten habt und dafür viel, 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 viel mehr Kontrolle habt, wo ihr das Produkt hingebt. Ihr braucht weniger Foundation, verteilt es aber gleichmäßiger. Und das macht am Ende des Tages einen riesen, riesen großen Unterschied. Gerade wenn ihr texturiertere Haut habt oder Haut habt, die ihr einfach ein bisschen weicher haben wollt, nehmt, probiert es aus. Ihr werdet den Unterschied sehen. Im Anschluss gehe ich mit einem Schwamm einmal nochmal rüber, um diese Pinselstrokes ein bisschen zu entfernen. Ich finde, das sorgt einfach dafür, dass das Produkt richtig schön in die Haut eingearbeitet wird. Und ich muss nochmal ein bisschen, ähm, ankurbeln. Dieses Setting Spray von Art Deco. Ne. Dieses Setting Spray von Art Deco ist wirklich ein Game Changer, wenn ihr frische Haut habt. Ich habe das, als ich das das erste Mal benutzt habe, war ich so, Mist, meine Haut sieht wieder aus, als hätte ich sie nicht mit Puder fixiert. Das war aber zu dem Zeitpunkt, als ich mein Make-Up noch nicht geändert hatte. Ich wollte damals immer sehr, sehr matt und dann punktuell mit vier Highlighter. Ihr kennt meine erste Highlighter-Palette, Freunde. Das war die Dubai-Landebahn in einem Produkt. Das würde ich heute so alleine vermutlich nicht mehr unbedingt tragen. So ändert sich das ganze Make-Up. Dieses Spray sorgt aber dafür, dass wenn ihr dieses Puderige überhaupt nicht mögt, ihr das komplett wegnehmt, ohne dass es rutschig wird. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben. Setting, Refreshing, Make-Up Base. Irgendwas muss hier drin sein, was das Make-Up sehr frisch wieder macht. Keine Ahnung wie. Große, große Empfehlung. Und jetzt seht ihr auch, dass meine Haut sehr natürlich aussieht. Dadurch, dass ich diesen Puderpinsel benutzt habe, ist das sehr ebenmäßig. Ich gehe dann damit mit dem Rest auch gleich hier noch so ein bisschen an den Hals. Und eine Sache, die ich neulich gesehen habe, was Make-Up-Artists am meisten ärgert, ist, wenn jemand eine deckende Foundation benutzt und dann dieses Fältchen hier im Ohr vergisst. Deswegen, seitdem ich das gesehen habe, ziehe ich immer mein Ohrläppchen und trage mir die Foundation auch in dieses kleine Fältchen auf. Weil, ist klar, da vergessen wir es meistens und manchmal wackelt der Ohrring oder man bleibt irgendwo hängen oder so. Und dann sieht man hier so eine helle Stelle. Ich habe noch was für die Wangen. Ich wollte eigentlich den Blush von Catrice nehmen, diesen neuen aus der Limited Edition. Ich glaube aber, dass den viele nicht mehr bekommen werden, wenn das Video online ist, weswegen ich mich für das hier entschieden habe von Elf. Elf hat neue Lippenstifte rausgebracht. Das sind die O-Face-Lippenstifte in unzähligen Farben. Und ich finde, dass sie ganz besonders aussehen. Erstmal ist die Farbe Feeling Myself farblich ein 1 zu 1 Dupe zu dem Rare Beauty Bliss Blush-Same. Und der ist, ich habe eine Kampagne bei Instagram dazu gemacht. Falls ihr das nicht gesehen habt, schaut es euch gerne mal an. Die halten sehr, sehr gut auf den Lippen und dadurch auch sehr, sehr, sehr gut auf den Wangen. Und ich nehme hierfür einfach mein Foundation Brush, mit dem ich schon den Highlighter und alles andere eingearbeitet habe. Weil ich somit ein bisschen mehr meine Haut anpasse. Ich nehme ein kleines bisschen Foundation hier an meinem Mittelfinger und mische das in diesen Blush rein. Und jetzt habe ich einen Blush, der in die Apricot-Richtung geht, der perfekt zu meiner Hautfarbe passt. Das ist wirklich, das macht auch hier einen großen, großen Unterschied. Ich glaube auch, dass das vielleicht etwas ist, was man nicht unbedingt jeden Tag macht, wenn man im Alltag keine Zeit hat. Ich kann mir vorstellen, dass man einfach nicht jeden Morgen Lust darauf hat, sein Make-up farblich perfekt 1 zu 1, perfekt anzupassen. Aber ihr habt einen Blush, der eurer Hautfarbe entspricht und sieht somit aus, als hättet ihr einen eigenen Blush kreiert aus eurer eigenen Hautfarbe heraus. Wir wollen ja, oder das Ziel von Blush war es ja, als man ihn erfunden hat, dass er so aussieht, als würde man selbst so ein bisschen erröten. Und mittlerweile sind diese Trends natürlich zu einem ganz anderen Punkt geworden, dass man sagt, okay, wir tragen rosa Blush, wir tragen lila Blush, wir tragen einen orangenen Blush. Sollte eure Haut jemals an den Punkt kommen, dass sie grün, rosa, lila oder neon pink wird, geht bitte zum Arzt. Das ist nicht natürlich. Es sei denn, wir wollen kreativ arbeiten und ich finde, so haben wir einen Ton, der aussieht, als wäre meine eigene Hautfarbe selbstständig errötet. Und das macht das ganze Make-up ein bisschen natürlicher wieder. Es sind heute sehr, sehr viele Punkte, Freunde, aber ich glaube, dass das vielen hilft. Ich habe, ich vergesse manchmal oft, dass ich mache das hier jeden Tag und ich schminke mich 20 Mal am Tag und manche Sachen behalte ich dann auch für mich. Aber nicht, weil ich sie für mich behalten will, sondern weil ich denke, ah ja, klar, das weiß jeder. Und meine Aufgabe ist es, euch alles, was ich weiß, über Make-up zu vermitteln. Deswegen seid ihr hier, deswegen freue ich mich. Deswegen probiert es einfach mal aus, diese Techniken so ein bisschen umzusetzen. Ich trage ein bisschen Concealer auf. Ich muss noch mal ein bisschen Werbung hierfür machen. Das ist der Neo Intense Serum Concealer. Der ist jetzt zwar nicht Drogerie, aber der ist inhaltsstofftechnisch sehr, 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 sehr gut. Und der hat eine ganz besondere Textur. Der ist recht pastig, sobald ihr ihn auf der Hand habt und wird sehr, sehr schön cremig. Ich mische den an die Stelle, wo ich den Blush hatte und setze mir den punktuell einfach nur hier hin und lasse den da jetzt mal kurz einen Moment, dass der richtig schön warm wird. Der ist super, super natürlich. Er ist ähnlich wie der von NYX. Ich finde, er hält aber deutlich besser und hat eine viel, viel bessere Deckkraft. Ihr seht jetzt, ich habe eine recht gute Deckkraft hinbekommen, aber es ist nicht zu viel. Alles ist so ein bisschen frisch und passt farblich sehr, sehr gut. Unter den Augen ist es jetzt noch ein bisschen hell, deswegen fixiere ich das Ganze einmal sehr, 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 sehr leicht mit Puder. Und ich benutze dafür Tatsache wieder das Coty S-Bahn Powder. Das ist schon... Ich liebe diesen Duft. Und lasse das einen Moment drauf. Und mit dem Rest hier am Microfiber Multi-Tool, die sind fast ausverkauft. Ich weiß nicht, ob ich nachkaufen soll, Freunde. Ich habe, glaube ich, noch 30 von vielen tausend. Base ist drauf. Jetzt gehe ich mit einem fluffigen Pinsel in das nächste Produkt. Das ist ein Finishing Powder von NYX. Das ist das No Filter, Sans Filter, Finishing Powder, Poudre de Finition. Ich habe das in der Farbe Light Beige. Das ist ein Finishing Puder. Das ist kein Setting Puder. Ich verzichte aber auf Setting Puder, weil ich glaube, dass das zu viel wird. Ich stelle es mir immer so ein bisschen vor wie eine Lasagne. Ihr habt... Die Auflaufform ist begrenzt. Und ich kann nicht 10 verschiedene Schichten Nudeln, Sugo, Bichamelsoße, Käse, Nudeln, Sugo, Bichamelsoße, Käse machen. Irgendwann ist der Topf voll. Und die Haut ist für mich eine recht schmale Lasagneplatte geworden. Deswegen nutze ich dieses Puder und tupfe das einfach nur ganz leicht hier rüber. Die Foundations heutzutage setten sich meistens von selbst. Vor allen Dingen in dieser jetzigen Jahreszeit. Mit diesem Puder fixiert ihr das Make-up. Ganz, ganz klar. Es wird fixiert, es wird mattiert, aber es ist nicht so leblos matt. Und gerade wenn ihr zu reiferer Haut neigt, ist das eine gute Sache. Weil es ist butter, butter weich. Du siehst keinen Glitzerpartikel da drin. Du siehst es kaum, aber es reflektiert das Licht nochmal ganz, ganz anders. Und du kannst mit leichtem Schimmer sehr viel auskorrigieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen... Auf der einen Seite sagt man, benutze weniger Puderprodukte mit Glitzer drin, weil das betont die Textur, tut es auch ab einem gewissen Punkt. Aber bis zu einem gewissen Punkt wird das Licht ganz anders gestreut. Es ist ganz verrückt und Make-up ist am Ende des Tages auch nichts anderes außer Chemie und Physik. Und Arbeit mit Licht. Und so ist die Haut sehr natürlich belebt. Jetzt habe ich ein Produkt, was ich euch irgendwie noch gar nicht gezeigt habe und ich weiß nicht warum. Art Deco ist ja jetzt in die Drogerie gezogen und hat im Zuge dessen sehr, sehr spannende Produkte rausgebracht. Unter anderem unzählige, ich glaube es sind sechs oder neun Facepaletten. Ich habe mal zwei mitgebracht. Das ist die Face... Die heißen ja alle gleich. Achso. Die zwei und die drei. Einmal mit diesem blauen Schimmer. Die hat drei Töne drin. Und einmal die mit dem lila-grünlichen Reflex. Die hat auch alle drei drin. Es gibt eine Highlighter-Palette, eine Bronzer-Palette, eine Blush-Palette und dann gibt es nochmal drei, wo die Farben bunt durcheinander gemischt sind. Ich finde die hier tatsächlich ganz, ganz schön. Ist so ein bisschen fürs Pücklereis, aber nicht zu warm. Vor allen Dingen der Bronzer hat es mir angetan. Ich nehme fluffigen Pinsel und gehe in diesen Bronzer rein. Das hier ist jetzt ein matter Bronzer und ich arbeite den richtig schön in den Pinsel ein und klopfe den Pinsel so von oben nach unten, dass das Produkt in den Pinsel reinläuft. Klopf ab und dann hier rüber. Über alle Stellen und vor allen Dingen hier übers Auge. Das habe ich von der Pro-Make-up-Artistin von Art Deco gelernt, dass sie ihren Bronzer in die Augenbraue einarbeitet. Weil das natürlich auch hier, wenn ich mich seitlich drehe, ist es der höchste Punkt. Sieht super, super schön aus. Das ist ein sehr, sehr schön kühler Ton, den man gut als Bronto benutzen kann. Ich weiß, viele mögen das sehr gerne. Ich mache das meistens nicht. Ich liebe es, viele verschiedene Produkte auszuprobieren. Aber der hat eine super, super schöne Farbe, weil der nicht so kühl ist, aber auch nicht zu warm. Und passt dadurch super, super gut zur jetzigen Jahreszeit. Und ich finde in dem Moment, wo ihr den Bronzer hier auf die Augenbrauen setzt, sieht das wieder aus, als werdet ihr wirklich gebräunt. Ich finde, aber da gebe ich uns Beauty-Youtubern komplett allein die Schuld. Wir haben ja diese Trends geschaffen mit diesen Balken. Bronzer, Highlighter, Konto, nur diese Schritte. Aber das ist nicht wie das Licht oder die Sonne, wenn wir gebräunt werden würden, weil wir keinen Lichtschutzfaktor benutzt haben, typischerweise bräunen würden. Sondern wir bräunen hier, wir bräunen an der Nasenspitze und wir bräunen hier an den Augenbrauen. Und das macht das wieder ein bisschen natürlicher. Ich finde den Blush hier ganz schön aus der anderen Palette mit diesem orangenen Blush. Auch hier. Ich nehme denselben Pinsel. Der hat einen Schimmer mit drin. Und den setze ich mir hier einfach ein bisschen rüber. Der ist sehr, sehr orange. Und jetzt schaut euch bitte diese Haut an. Klar, ich bin geschminkt. Und ich will auch nicht, dass man nicht sieht, dass ich nicht geschminkt bin. Weil dafür habe ich zu viel Geld für die Produkte ausgegeben. Ich will, dass dein Gegenüber sieht, dass du Geld dafür ausgegeben hast, dass du so snatched aussiehst, wie du jetzt aussiehst. Aber dabei möchte ich hübsch aussehen und mich hübsch fühlen. Ich nehme natürlich auch den Blush und setze den gleich hier so ein bisschen mit überall mit hin. Und meine Haut ist phänomenal. Zum Abschluss benutze ich tatsache auch das Artigo Fixing Spray. Das braucht einen Moment, bis das einzieht. Nehmt nicht zu viel. Ich benutze meistens hier einen Ventilator und bewege mich. Und jetzt zieht das alles richtig schön in die Haut ein. Vertraut mir. Es bleibt nicht so. Es dauert wirklich einen Moment, bis das einzieht. Weil es halt nicht dieses typische Rauf und es verdunstet voll mit Alkohol ist. Sondern das arbeitet jetzt mit der Haut. Eine Sache wollte ich mit euch mal live probieren. Geht gerade total viral. Jemand hat... Ist jetzt nicht mehr Drogerie. Wir probieren sie es einfach aus, während das Ganze fixiert. Hat diese Charlotte Tilbury Contour Wands so ein bisschen auseinandergenommen. Zurecht. Und benutzt die jetzt als Lippenprodukte. Finde ich auch sehr schön. Erst den Konturton als Lip Liner. Ist auch schon schön. Und dann den Beauty Want Light Blush in Pink Gersen. Das Lippenprodukt. Das ist mir ein bisschen zu metallic, glaube ich gerade. Weiß nicht. Also das ist jetzt, glaube ich... Kann man machen. Wäre mir persönlich jetzt ein bisschen zu viel. Dann lieber ein Gloss. Und so seht ihr die Haut natürlich auch nochmal vom Nahen. Es sieht sehr, sehr beweglich aus. Aber es hält. Die Poren sind minimiert. Das Make-up ist frisch und die Haut strahlt einfach von sich heraus. An den Stellen, wo sie strahlen soll. Ich bin super gespannt, welche Tipps ihr rund ums Thema Haut habt. Ich schreibe euch alle Produkte ja immer hin. Macht euch einen Screenshot davon. Und schaut mal beim nächsten Gang in die Drogerie, ob ihr davon was findet. Und was euch davon vielleicht interessieren könnte. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Und würde vorschlagen, wir sehen uns hier am Mittwoch schon wieder. Passt auf euch auf.